Da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Ich habe mein Pad jetzt mal ausgetauscht und es wird gerade aktualisiert für den Kopfhörer und für alles weitere. Wir haben jetzt auch rausgefunden wie der Splitscreen funktioniert. Annabelle ist jetzt quasi mit im Spiel. Beziehungsweise ja, ihr könnt auch schon mal eine kleine Runde loslegen, damit Annabelle auch ein bisschen Gefühl für den Modus bekommt. Und ich versuche derweil auch noch mal irgendwie Internet zu kriegen. Aber ich weiß nicht, Annabelle, hast du das schon mal gespielt? Nee. Gar nicht. Also wäre es jetzt auch ein bisschen unklug, direkt wieder auf Easter Eggs zu gehen, oder? Also versuchen jetzt noch mal zu versuchen, Easter Eggs zu machen. Das Ding ist eben, die Easter Eggs sind schon sehr schwierig und die sind eigentlich schon am einfachsten, wenn man sie solo macht. Es gibt so ein paar Sachen oder ein paar Passagen, die sehr tricky sind. Zum Beispiel muss man irgendwann einen Exoslam auf so einen Kasten machen, aber alle gleichzeitig. Und wir haben das mal mit einem Vierspieler-Koop versucht. Wir standen drei Minuten auf diesem Kasten. Ah, ja. Muss man sich ja gut absprechen, ne? Ja, ja, klar. Aber wer springt wann hoch? Und wie hoch springst du? Und wann slammst du? So, also drei Schuss und dann... Genau. Das ist jetzt auch ungewöhnlich. Ich glaube das erste Mal, dass ich Call of Duty in einem Splitscreen spiele. Ja, ich finde es auch krank. Echt? Es ist... Ihr Banausen, ihr verwöhnten kleinen Kinder. Ich kenne ja Mario Kart auf dem Splitscreen, aber da hast du es in der Mitte geteilt. Ups. Ja. Ah! Also ich habe das schon öfter mal auf dem Splitscreen gespielt, sogar mit meiner Frau zusammen. Meiner. Die habe ich mal versucht von Call of Duty Modern Warfare 2 zu überzeugen, weil sie auch eine ganze Zeit lang mitgespielt hat, aber das war dann auch irgendwann zu heftig, nur auf die... nur irgendwie abgeschossen zu werden. Ja. Aber sie hat Bock gehabt. Vorhin zwar aufgepasst, aber auch nur halb. Ja. 2-3 Schüssel... Ja, das habe ich mitbekommen. Messern. Ja, ja, das ist klar. Und dann, wenn du glaubst, du hast erstmal ein bisschen genug, also ein bisschen Kohle, dann holst du dir eine bessere Waffe, wie zum Beispiel die Schroflin. Die Schroflin muss ich sagen, war am Anfang echt brauchbar. Ja. So, ich bin mittlerweile wieder im Zombie-Monus drin. Huch. Lass uns mal einen überleben lassen. Okay. Lass uns einen überleben lassen. Der da hinten. Such dir einen aus, du machst dir Platz. Und... Was wir jetzt nämlich machen können, um vielleicht auch direkt eine starke Waffe zu ziehen, ist, ich weiß nicht, ob wir genügend Geld dafür... Du hast 1000... Ich krieg dabei eine. Äh, ja. Du hast 1000... Okay, dann mach ich die Tür noch auf. Und das ist quasi auch immer das erste Gerät, wo man sich eine Waffe erzocken kann. Da würde ich dich jetzt einfach dran lassen. Und... Oh, die Amelie? Ja, ich guck schon. Das ist schon mal sehr... Jetzt hast du aber einen richtigen Hobel am Start. Das ist jetzt schon mal sehr gut. Lass mich den Zombie zumindest... Ich brauch das Geld. Und... Ja, genau. Erstmal wieder zurück. Und das Gleiche jetzt nochmal irgendwie die Runde überleben. Wär schon mal anfangen. Ähm... Und dann mit unserem Geld wieder an die Maschine gehen. Und dann gehen wir zum Exo-Raum. Wieviel halten die jetzt aus? Äh, ich glaub... Ich glaub... Sieben. Okay. Aber mit deiner Amelie natürlich weniger. Ja. Ja. Ja, also mit deiner Amelie, sag ich mal... Da kitzelst du die mir den Kill. Da kitzelst du die kurz an und dann... Sorry, kann ich jetzt eigentlich dazu joinen? Ich bin nicht System-Linked. Wir sind jetzt... Oh, ihr seid nicht System-Linked. ...private Spielen. Ihr seid im privaten Spiel. So, so. Ihr wollt also nicht mit mir spielen, ja? Aber versuch mal. Vielleicht funktioniert's ja. Ich weiß es nicht. Hinter dir, hinter dir. Wo? Ne, da seh ich keinen Host. Dann lehne ich mich ein Stück zurück. Ah, okay. Und äh... Ich töte die mal aus Versehen. Und äh... Lass euch jetzt erstmal ein bisschen töten. Äh, du kannst ruhig mal ein bisschen mehr töten. Das wäre gerade... Ah, aber du kannst ruhig mal ein bisschen mehr töten. Und sterben. Oder... Du kannst jetzt noch weiter schließen, das weißt du, ne? Ah ja, okay. Ich hab... Oh, ich hab... Oh, ich hab keine Mission, ne? Da. Dann sag ich an dieser Stelle mal ein, äh, herzliches Dankeschön für die viele tolle, positive Resonanz zu unserer vorhergelaufenen Kino-Plus-Folge. Und aber auch zu den vorhergelaufenen Call of Duty-Sessions. Es freut uns sehr, dass ihr Bock habt, uns beide eher... Ha... Sagen wir mal Amateur-Level? Ha, ha, unsere... Naja... Spaß-Level. Spaß-Level. Uns zwei Spaß-Level-Spiele irgendwie zu begleiten und zuzugucken. Äh, ich weiß jetzt leider nicht, wie viele von euch irgendwie online sind. Ähm, wir haben halt, wie gesagt, hier keinen Chat gerade am Start. Ich würde auch gerne ein paar Fragen beantworten, aber ähm, das geht nicht. Oder vielleicht habt ihr auch Fragen für Markus, das wäre natürlich auch toll. Vielleicht kann die Regie mal irgendwie hin und wieder eine Frage irgendwie durchgeben. Das wäre vielleicht auch nicht eine verkehrte Idee so. Auf so einem Blatt Papier und dann hier vortragen. Wie vorhin das Passwort. Zettel, ja. Oder, solange du nicht mitspielst, öffnest du die Twitch-App auf der Xbox. Alter, das kann ich natürlich machen. Ich bin nämlich sogar... Smart, oder? Ich bin sogar hier angemeldet bei Twitch. So, zack. Haha. Gute Idee, Annabelle. Ja. Sehr gute Idee. Ich wär aber auch nicht drauf. Ich wär jetzt auch nicht drauf gekommen, echt nicht. So. So. Folgt den Leuten, den du folgst. Mach ich doch mal direkt an. So. Geil. Ich guck euch jetzt beim Spielen im Twitch. Hahaha. Sehr gut. Aber ich lade zu oft nach. Ich bin grad andere Spiele gewohnt. Eher mit Amelie sollte man vielleicht... So. Ich seh euch. Ich seh euch, Freunde. Und ich hör mich irgendwie zeitversetzen. Ich seh mich auch. Ja, ich mein... Ich rede hier von den... Und jetzt hörst du uns auch doppelt, ne? Ne, ja doch, ja. Aber das ist sehr leise. Die Adresse zum Gewinnspiel, ich wiederhole es nochmal. Ist gewinnspiel at rocketbeans.tv. Markus, da haben wir schon eine erste Frage. Ja. Was hältst du von der Petition für das Modern Warfare 2 Remake? Ich find... Ähm... Also ganz ehrlich, ich find sowas ja immer... Ich find's gut, wenn Fans sich im Endeffekt dafür einsetzen, was sie vielleicht sehen wollen. Ähm... Ich kann natürlich wenig dazu sagen, ob sowas durchsetzbar ist. Ähm... Oder wie schnell auf sowas reagiert werden kann. Weil an einem Call of Duty wird halt auch immer noch drei Jahre gearbeitet. Nach den dies... Oder meinst du jetzt überhaupt generell, bis ein Call of Duty entsteht? Also generell. Wir haben ja drei Studios, die an Call of Duty arbeiten. Das sind Sledgehammer Games, die Advanced Warfare rausgebracht haben. Wir haben Infinity Ward, die ja für Modern Warfare und auch für Ghosts verantwortlich waren. Und wir haben Treyarch, die das nächste Call of Duty rausbringen. Ähm... Die... Genau, die drei Studios wechseln sich ab. Das heißt, du hast einen Drei-Jahres-Zyklus. Und... Ähm... Somit hat jedes Studio drei Jahre Zeit, ähm... Ein Call of Duty zu entwickeln. Das erste Mal, dass es quasi passiert ist, ist jetzt mit Advanced Warfare. Äh... Sledgehammer Games war das erste Studio, das drei Jahre Zeit hat. Wir sollten uns langsam mal das, äh... Exos-Suite holen. Okay. Äh... Von daher... Ich... Ich finde sowas gut. So. Und wenn... Ähm... Und ganz ehrlich, wenn... Wenn's für mich eine Petition für Final Fantasy VII Remake geben würde, ich würd's unterschreiben. Hahaha. Ja, okay. Ja, ich hätt ja lieber erst mal ein... Ein Remake von... Vom ersten Modern Warfare. Weil ich finde, das kann man halt mittlerweile auf der Xbox 360 nicht mehr spielen, weil's halt komplett... Dich hast du in den Augen verloren? Da. Von, von, äh... Cheatern und allen befallen ist, so, ja. Also, das ist ja leider... Ja. Achso, sollten wir halt überlassen. Wo bist du? Ich finde dich nicht mehr. Warte. Ich bin hier. Ähm... Ich bin hier. Ja, ist... Ist... Ist halt immer so eine Sache und auch gerade auf den alten Konsolen ist es tatsächlich... Also, ich weiß ja, dass die PS3 zum Beispiel offen wie ein Scheuntor ist. Ähm... Leider. Und somit... Entsprechend einfach... Dort auch drauf zu hacken. Ähm... Ja, das... Ist halt... Ist halt auch ein schwieriges Thema, das... Für mich zu beantworten. So, ich versteh's komplett und... Ähm... Wenn es das... Geben würde, ich würd's komplett supporten. Ja. Ich hätt auch Bock drauf. Also, ich würd mir die alle drei nochmal spielen. Ich hätt auch Bock auf ein... Auf ein... Ähm... Black Ops. Auf das erste nochmal. Das hätt ich auch... Also, ich mein jetzt generell... Kannst du was zu dem nächsten Call of Duty schon sagen? Ist es jetzt erlaubt, so was zu sagen? Leider gar nicht. Gar nicht? Aber wir will... Also, was man sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall von Infinity Ward kommt. Ne, es kommt von Treyarch. Äh, Treyarch. Entschuldigung, mein ich aber. Ähm... Aber und auch nichts zu den Gerüchten, von wegen, dass es wieder so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeht? Ne, dann würd ich ja quasi schon etwas bestätigen. Ähm... Und... Das... Das... Ich sag mal... Da muss man auch so fair sein und... Ein Studio, das drei Jahre lang an einem Titel arbeitet, das sollte auch die Chance haben, zu erzählen oder die Ersten, äh... Sein, die erzählen, was rauskommt und... Damit das eben halt auch in ihren Plan kommt, in den Kommunikationsplan. Und... Und... Von daher kann ich dort leider nichts zu erzählen. Hm. Ich würde gerne. Ich hab auch schon was gesehen. Also, du hast aber Infos? Äh... Ich weiß schon was. Ja, okay. Na ja. Ja, ähm... Schwierig. Leider ist... Ich glaube hier der Splitscreen ist nicht so unbedingt hundertprozentig angenehm, die ganze Zeit zu verfolgen. Das ist eine Sache, die ich hier so ein bisschen nebenbei verfolgt habe. Ähm... Was jetzt nichts an eurem Spiel liegt, sondern das ist halt einfach aufgrund des Splitscreens irgendwie ein bisschen problematisch ist, eben allen zu folgen. Also, unten ist Annabelle übrigens, und oben bin ich. Ja. Annabelle ist der alte Mann, der aussieht wie William Shett, ne? Ja. Und ich bin Melkovic. Oh! Hier sagt einer, du sollst den Döhler machen. Ich glaube, er möchte seinen Job noch behalten. Ich soll den Döhler machen? Den Döhler. Hat das schon so ein Grundwort? Ja. Okay, hier bestätigt einer, dass Splitscreen top ist. Spielen ist okay. Spielen geht gar nicht. Ja, gut. Ja, vielleicht kann's ja sein... Oh, guck mal, Eisenpo! 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 Alles schön! Wunderbar, den grüßen wir zurück. Ein Mann, den wir auch über Jahre hinweg immer wieder auf Events getroffen haben und kennengelernt haben und sehr schöner Kontakt. Cool, Eisenpo, freut mich, dass du hier den Chat verfolgt. Darf mal Werbung machen. Für was? Für die COD-Infobase? Für die Call of Duty-Infobase. Ja, komm, das können wir mal machen. Die sind cool, Jungs. Das ist auch übrigens die älteste Call of Duty... Okay, wir sind auch gestorben. Die älteste Call of Duty-Community Deutschlands. Und Arne, einer der Administratoren, der Founder und auch seitdem ich bei Activision bin, halt auch immer ein Ansprechpartner für mich. Und ich bin ja auch erst seit Call of Duty Ghost dabei. Von daher konnte er mir auch noch eine Menge erzählen. Und er ist seit zwölf Jahren dabei. Vielleicht lüge ich auch gerade, vielleicht sind es auch nur zehn. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge Jahre. Und nee, Call of Duty-Infobase, Arne, Eisenpo, guter Mann. Ja, auf jeden Fall. Wie heißt der andere Kollege nochmal? Andreas? Andreas. Genau. Ich weiß noch, ob ich Andreas kennengelernt habe. Da waren wir auf dem Call of Duty-Event in München. Und da kamen wir an mit einem Kuchen. Mit einem Call of Duty-Kuchen, den er extra dafür gebacken hat. Das fand ich so lustig, das fand ich so sympathisch irgendwie. Und da hab ich sie kennengelernt und seitdem wirklich immer auf jedem Event wieder getroffen und immer mal mit einem Bier mit denen getrunken oder keine Ahnung mit denen geschwätzt. Die sind echt Lieblings. Und vor allem, was halt schön ist, das sind halt wirklich auch schon gestandene Männer. Also das ist halt so, ja. Cool. So, ihr seid tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir haben den Zombie-Modus. Lass uns einfach mal ins Multiplayer-Geschehen einsteigen. Ja. Wollen wir machen? Ja. Okay. Wir haben, das heißt jetzt Multiplayer-Zombie-Modus oder Multiplayer-Rest? Multiplayer-Rest. Okay. Okay. Wunderbar. Dann verabschiede ich mich jetzt hier mal aus dem Twitch-Chat bei rbtv. Äh. Ja. Man kann den auch andocken, oder? Kann man den andocken? Weiß ich nicht. Boah, das sind ja so Sachen, mit denen kenn ich mich nicht aus. Dafür bin ich zu alt. Ja. Man kann mit andocken Twitch kann man auch zocken, glaube ich. Ach so. Wenn du im Spiel bist. Das Kennwort für das Gewinnspiel. Ja. COD-Poesie. Oder Call of Duty-Poesie. Call of Poesie. Call of Poesie. Call of Poesie. Call of Poesie. Aber wenn ihr schon ein paar geschickt habt, wir gucken die auch nach. Äh. So. Das macht ja gar keinen Sinn, weil wir ja unser Ingame zeigen. Und deshalb macht das ja. Ja. Ich bin jetzt wieder raus. So. Kannst du das machen? Ja, aber dann sehen die Leute das ja. Wenn die unser Bildschirm überhaupt... Das ist eigentlich Quatsch, ne? Weil ich meine, die sehen das ja sowieso. Aber es geht. Es geht. Find ich auch ne gute Idee. So. Call of Poesie. Jetzt bin ich wieder da. Wir gehen jetzt raus aus dem Zombie-Modus. Genau. Dann müssen wir mal ganz raus. Ganz raus. Und zack zum Main Menu. Deine ist auf Deutsch, unsere auf Englisch, ne? Ja. Ich mag unsere Sprache. Und ich benutze sie auch sehr gerne. Guckst du Filme lieber im O-Ton oder in Deutsch? Ah, jetzt ist diese Gretchen-Frage, ne? Ja. Oh, jetzt ist das bei der Film gefallen. Ähm. Ey, ich hab, wie gesagt, ich hab kein Problem mit einer Synchro, wenn sie gut gemacht ist. Und wir haben gute deutsche Synchronsprecher und wir haben mit eine der besten Synchronisationsarbeiten der Welt. Aber ja, ich bin halt aber auch aus Berufswegen eigentlich immer in der Situation, dass ich die meisten Filme sowieso auf Englisch sehe. Ja. Und dementsprechend, es gibt ein paar Filme, wo ich sage, das ist notwendig, dass man sie auf Englisch guckt, gerade was Komödien angeht. Aber es gibt auch ein paar Filme oder auch Serien, ja, House of Cards zum Beispiel. Die ersten beiden Staffeln habe ich komplett auf Deutsch gesehen, weil ich halt einfach die Hintergründe und das ganze politische Gedöns, was in der Serie behandelt wird, weil ich das verstehen wollte. Ja, also ich wollte halt wissen, worüber die da reden, was das Problem an der ganzen Geschichte ist, wie viele Legislaturperioden die da irgendwie überstehen müssen, wie viele Senatoren geschmiert werden müssen und so weiter und so fort. Und ähm, das raffe ich nicht auf Englisch. Ja. Das muss ich einfach sagen. Ich habe einen ganz guten englischen Sprachschatz, aber das raffe ich einfach nicht. Und dementsprechend gucke ich das auf Deutsch. Und Kevin Spacey hat gerade in Deutschland eine sehr gute Synchronstimme, die ihn wirklich sehr gut macht und dieses Syphysante auch sehr gut rüberbringt. Und dementsprechend, ja, ich bin da offen. Das ist genau diese ganze Xbox oder PS4. Ey, mir egal. Ja. Ja. Ich nehme das. Ich sehe es aber genauso. Ich sehe es komplett genauso. Ich nehme das, worauf ich Bock habe. Irgendwie. Und wenn ich, ich meine, ich bin froh über meinen Laptop, aber ich bin auch froh über mein Handy, die beide nicht von dem selben Hersteller sind. Also dementsprechend habe ich da überhaupt kein Problem mit. So. Wir sind jetzt, seid ihr schon, seid ihr drin? Wir sind gerade noch mal rausgeflogen. Okay. Aber. Ich bin, ich bin drin. Wie Boris Becker einst. Oder war das Oliver Kahn? Egal. Äh, ich klapp das hier mal wieder zu. Ist eh der Ago alle. Ja. Wie machen wir das jetzt? Machen wir eine private Lobby auf und versuchen so viele Leute einzuladen, wie es geht? Ja. Okay, das machen wir. Ähm. Ich glaube, wir haben ja ein paar Zuschauer gerade. Ja. Ja, wir haben ein paar, glaube ich. Und der eine oder andere hat eventuell Call of Duty. Ja. Und Marc. Ja. Ich habe auch schon ein paar Mails bekommen. Ey, die Knarre. Ne? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Dieses neue Energie-Shotgun-Gewehr oder was. Ja. Ähm. Das ist dein Traum, ne? Na, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also ich habe mit der noch nicht so viel gerissen. Nee. Brauchen wir nicht, ne? George brauchen wir nicht, oder? Nee, brauchen wir nicht. Ja. Okay. So. So. Dann. Wer macht das privates Spiel auf? Kannst du jetzt beitreten? Wir müssen erst mal. Oder einer von uns muss ein privates Spiel aufmachen. Ich würde sagen, Annabelle, das machst du. Dann kannst du natürlich auch entscheiden, was gespielt wird. Die Frage ist, kann ich jetzt mit rein in den Spiel? Ja, deshalb lad du uns beide mal ein. Okay. Okay, dann mache ich's. Glaube ich einfach. Dann mache ich ein privates Spiel. Funktioniert das so? Hm? Funktioniert das so? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin da. Ich weiß es gerade. Wie lad ich denn jetzt jemand ein? Achso, hier. Genau. Hast du mich überhaupt zum Spiel einladen? Nee, ich hab dich gar nicht, ne? Ihr habt euch doch eben schon gesehen. Stimmt, wir haben letzte Spieler. Sicher? Nee. Oh, guck mal, mir ist schon jemand beigetreten. Okay. MC Giga. MC Giga ist am Start. Jawohl. So, Freunde. Aber das ist falsch. Also, ähm. Ansonsten, was ich auch noch machen kann. Ach, guck mal hier. Wir haben schon, wir haben schon eins, zwei, drei. Sonst kannst du mir sagen, was ich am besten einstelle. Aber ich hab dir doch, ich hab dir eben eine Einladung geschickt, Annabelle. Mir? Ja. Okay. So. Wie kann ich dich denn, Freunde? Genau. Freunde. Muss ich dich suchen, oder was? Sorry an die zwei Leute, die mir beigetreten sind. Aber ich glaub, das funktioniert alles so nicht. Also, so wie wir uns das gerade vorstellen. Meinst du nicht? Letzte Spieler? Glaube ich. Ich glaube nicht, dass wenn du mich jetzt einlädst, dass ich dort als Splitscreen-Spieler beitreten kann. Das glaub ich nicht. Okay, aber vielleicht kann Annabelle, ne, auch nicht, oder? Ansonsten, ich mach hier nämlich mal die Twitch-App auf und versuch einfach nur mal den Chat zu verfolgen. Ich find das gerade mega wichtig, dass wir einfach den Chat haben. Okay. Finde ich cool. Okay, wir sind jetzt hier schon. Also, Belle ist drin. Ja. Aber wie war das früher? Früher konnte man doch sich einen Account teilen. Da stand dann immer hinter dem... So ein Gast, ja. Genau. Der konnte dann auf jeden Fall mit in dieselbe Lobby. Ja, ich weiß aber nicht, ob das mit einem privaten Spiel so funktioniert. Okay. Deswegen, ähm... Deswegen... Hab ich mein Mikrofon aus, oder warum hör ich keinen? Du hast vorhin dein Mikrofon ausgeschaltet, ja. Also mein Mikrofon ist jetzt an, aber ich hör trotzdem keinen aus dem Chat. Hört mich jemand da? Hallo. Hallo. Ich kann's ja mal versuchen. Hallo. Hört ihr mich? Hallo. Hört ihr mich? Warte. Sag noch mal was. Ja. Okay. Mich hören sie. Ich hör sie auch nicht. Nee? Nee, dich hört man nicht. Ja, aber die Leute hören mich ja, die antworten mir. Okay, aber... Echt? Du kannst sie hören? Ja. Komisch. Also ich... Ach so. Stimmt, weil du ja... Oder doch nicht? Weil du Host bist. Nee, Dennis, okay. Sorry. Nee, Host bin ich, oder? Ja, aber sie ist quasi der, ähm... Ihr Controller ist Host von... Von der Konsole. Von der Konsole. Ah, ja. Und deswegen... Deshalb hörst du... Ich hab euch ja eben, als ihr zusammen gespielt habt, hab ich ja auch kein Ingame von euch gehört. Eben. Ich hör trotzdem niemanden. So, warte mal. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen viel Leute, oder? Kann das sein? Steckt dein Stecker richtig drin? 18... Naja, geht auch bis 18 Spieler. 9 gegen 9. So soll's auch sein. Guck mal, alle RBTV. Jawoll. Egeil. Okay, okay, okay. Wir sind ziemlich viele Leute. Was spielen wir denn, Freunde? Was spielen wir denn? Was, äh... Spielsetup? Ist jetzt die Frage... Kann man hier Hardcore und Dings einstellen? Feindliche Bots, nee. Ah, und so wieder mit dem Hardcore. Mann. Ach ja, du bist ja der absolute Verfechter des Hardcore. Ja, bin ich. Ja, genau. Softcore bitte. Okay, ich hab jetzt den Chat hier offen. Das ist schon mal sehr gut. Softcore? Kann ich hier... Ihr hört euch nicht. Pst! So. Nur Chat. Anwendung. Wir können ja wieder erstmal so anfangen und später nochmal umstellen. Ich hab jetzt nur den Chat hier offen. Geil. Das müsste funktionieren. Das heißt, wir können auch wieder Fragen im Chat beantworten. Ich behalte es einfach mal. Ihr spielt erstmal eine Runde und ich geh auf Chat ein. Du beantwortest Fragen, das ist geil. Genau. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder... Yeah. Wollen wir auf einen der neuen Karten spielen? Hast du die ja... Ja, aber wenn die jemand aus der Gruppe nicht hat... Ach, dann haben wir ein Problem, ne? Also... Annabelle, frag mal ab, ob die alle die neuen Karten haben. Nee. Alle 18. Habt ihr zufälligerweise alle die neuen Karten? Hat jemand... Nein, okay. Ich hab schon Nein gehört. Nee. Schade. Okay, dann... Was nehmen wir denn für eine Karte? Comeback? Direkt als erstes? Ich werde gerade gefragt an den Typen an der Mitte. Wer bist du? Ich bin... Hi, ich bin Markus. Ich bin Community Manager für Call of Duty Deutschland. Okay, ich spiele auf Recovery und... Ja, jetzt, Freunde, jetzt haben wir ein Problem. Wir sind zu viel. Oh. Es müssen leider... Wieso? Naja, weil ich nicht mehr das Spiel starten kann. Oh. Da muss einer raus. Aber wieso? Moment, 17, 18? Warum kann ich das Spiel nicht starten? Jetzt. Jetzt geht's. 16, 18? Warum das? Ich drücke jetzt einfach. Zack. Ich glaube, jemand ist gerade rausgegangen. Falls es mit Absicht war, Dankeschön. Ja, ey, sehr feiner Zug. Wir versuchen... Meld dich. Wir versuchen, dich gleich wieder nochmal reinzuholen. So, wir spielen hier mal eine Runde Herrschaft. Da habe ich immer Bock drauf. Auf Recovery. Ich hoffe, meine Klassen sind hier aktiv. Und dass ich sie benutzen kann. Ich habe nämlich extra noch eine Klasse eingestellt für Softcore-Modus. Weil bei Softcore brauchst du auf jeden Fall irgendwie dieses... Dass du nicht so sehr mit der Waffe schwankst, wenn du getroffen wirst. Finde ich. Finde ich. Meiner Ansicht nicht. Kannst du mir gleich mal zeigen. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ja, ja. Ich spiele halt nicht so oft Softcore. Auto zuweisen. Klar. Ey, wo sind meine Klassen hin? Wo sind meine Klassen hin? Nein. Ich habe die ja auch nicht. Fuck. Aber es sind doch schon... Die, die sich gebastelt haben. Ne, ihr habt doch die gleichen Klassen irgendwie. Ja, ja. Toughness. Okay, ich versuche hier... Äh, ja. Was auch immer. Erobert und verteidigt die Flaggen. Passt schon. A wird gesichert. So. Der Feind hat Schaden. Alfa gesichert. Ich habe hier eine Woche noch nicht gespielt, ne? Okay, es kommt gerade... Ach komm, Alter. Ach komm. Ich hasse dieses Sch... Habt ihr schon mal zusammengezockt? Ah ja, übrigens, alle die jetzt mitspielen... Shotguns. Tech-19. Ihr seid so Penner. Ich mach mir gleich noch ne... Ich mach mir gleich ne Klasse, ey. Ah, komm. Ein Mickey Mouse Cod. Ich glaube das... Ne. Aber eigentlich... Mickey Mouse Skin könnte man. Ja. Ja. Das ist auch meine Lieblingsfrage, wie bin ich Community Manager geworden? Hm. Ja, das ist doch mal ne gute Geschichte. Ja. Sag doch mal, wie man sowas wird. Wie wird man sowas? Und... Das ist halt einfach schwierig so. Ich meine... Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Keine Ahnung. Berichterstatter, wenn überhaupt. Wie bist du Berichterstatter geworden? Durch Zufall. Äh, wirklich durch Zufall. Bzw. Kann man's eigentlich auch gar nicht so wirklich sagen. Oder... Bis heute rätseln meine Mutter und ich darüber, wer mich zu dem Vorstellungsgespräch eingeladen hat. Über das ich quasi zur Coupé gekommen bin. Und da hab ich alles andere als Journalismus gemacht. Also... Das war Yellow Press, die ich da gemacht habe, ja. Aber ähnlich ist es quasi auch bei mir. So man... Es gibt keinen Weg, dass man sagen kann, so... Ja, so wirst du Community Manager. Dann kann man nur sagen, so... Community Management hat was mit Kommunikation zu tun. Ähm... Und... Wenn man denn studieren möchte in der Richtung... Ich habe übrigens kein abgeschlossenes Studium. Ich bin gelernter Informatiker. Was ja im Endeffekt auch mit dem Job nichts zu tun hat. Es war ne Reihe von Zufällen. Ähm... Jobs, die ich angenommen habe. Auch im Bereich Social Media, die mir da geholfen haben, äh... Den Schritt zu gehen. Ey, was ist denn jetzt bitte? Ach, das ist... Ey, das... 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 Ah, ich hasse das an diesem Spiel. Dieses... Der Wiedereinstieg direkt hinter irgendeinem Typen. So, ich möchte einfach mal... Ah! Grüße an die Schweiz. Aber ich nenn dein... Shop leider nicht. Aber Grüße an die Schweiz. Oh nein, nein, nein. Warum ich? Warum ich? Wo? Von wo? Da. Ah, der hat mich geschossen. Ah! Ah! Ah, gesichert! Wir verlieren C! Wir haben Charlie verloren! Also, ich... Wie die Jungfrau zum Kind, ehrlich. Also, es war Zufall, zur richtigen Zeit irgendwie Glück gehabt. Und dann ging es aber immer wieder... Dann muss man da echt noch sagen, ne? Dann ging es halt auch wirklich da über Einsatz. Also, über... Keine Ahnung. Ich war in der Berufsschule zum Beispiel auch nicht der König so. Ich war da eigentlich echt schlecht, weil ich keinen Bock auf Berufsschule hatte. Ja. Aber es musste halt sein. Aber das, was ich halt in der Berufsschule nicht so wirklich auf die Kette gekriegt habe, das habe ich halt dann im praktischen Bereich ausgeglichen, weil ich halt wirklich den Arsch abgearbeitet habe. Weil ich selbst in meiner Ausbildung teilweise bis drei Uhr nachts da gehockt habe und irgendwie Sachen gemacht habe. Und das haben die Leute auch zu respektieren und zu honorieren gewusst. Und dann kam halt eins zum anderen, weißt du? Also, wenn du halt wirklich Einsatz zeigst, dann kannst du damit schon... Dann sag ich ja auch irgendwann, okay, der Mann hat was drauf. So ist es ja nicht immer. Und... Also, Harald Schmidt hat das auch gesagt. Leidenschaft ist... Nein, 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 nein! Oh! Teilweise echt wichtiger als irgendwie... Charlie! Den meine ich heute. Großartiges Know-how in irgendwas. Das soll jetzt wirklich falsch verstanden sein. Man sollte schon ein bisschen Ahnung haben von dem, was man macht. Aber, ähm, sobald man mit der richtigen Leidenschaft dabei ist, kann man damit viel irgendwie ausgleichen und erreichen. Theorie ist halt auch nicht immer alles in gewissen Berufen. Also, es gibt Berufe... Auf jeden Fall. Ähm... Ich würd kein Arzt werden, nur weil ich jetzt Bock drauf hab, Leute zu da schnibbeln, ne? Ich glaub, so Arzt und Jurist, das sind so... Das sind so Geschichten, ja, da sollte man wahrscheinlich auch, ähm, so vorne bis hinten alle Bücher aussehen. Stimmt, 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 stimmt! Ah! Wow! Fuck! Aber aus der Hüfte! Immerhin! Und der ist tot, komm. So... Nein, nein, nein! Ach, ich war mal so gut am Anfang. Feindliche Drohnen über uns! Achtung, feindliche Vorräte! Ah... Unsere Drohne ist online! Da wird auf jeden Fall ganz schön schnell, ganz schön viel geschrieben. Ja! Um nicht so ganz hinterher, ne? Und auf dem Smartphone da hinterher zu kommen. Ich versuch mir die Perlen da rauszupicken. Ah, was! Da kam die Frage rein! Alter, was! Was! Wer hatten da 35 zu 8? Hab ich das richtig gesehen? Wer war das? Wie viel? 35 zu 8! General Zapfhahn! Geiler Name! Aber ey! Was machst du? Was hast du für Einstellungen? Was ist der für ein Level? Immerhin hat er RBTV. Ja! Und... War er in unserem Team? Ne! Ist doch klar! Dass der nicht bei uns im Team ist! Er liegt doch ein bisschen zurück, ne? Wir liegen ein gutes Stück zurück, ja? Oh! 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 Die Ball, ne? Alle mit der Ball! Aber du kannst deine Abschlussserie auch... Oh! Oh ja! Sünden! Macht er da aber nicht so drauf! Nein, nein, nein! Oh, Mann! So, ich möchte... Ey, komm! Ich versuch die ganze Zeit irgendwie auszutreten! Ich möchte dem Mederli XD zustimmen! Schrock! Du musst mich ausreden lassen! Ich muss dich ausreden! Hab ich dich hier unterbrochen? Das tut mir leid! Aber desto mehr Leute hier sitzen, desto... Viel mehr ist das auch, ne? Ja, ihr seid auch am Zocken! Und ihr habt ja auch den Game Sound auf dem Kopf! Ja, ja, genau! Und wenn man sich mal aufregt, ey, dann muss es raus! Ey, das muss raus! Dann muss man schreien! Das ist Call of Duty! Das muss raus! Ha! Danke! Danke! Das ist auch so ein bisschen Ventil! Druckabbau! Ja, deswegen spielt man's doch, oder? Ja! Und ey, ich kann's halt immer noch wieder sagen! Viele Leute fragen mich, warum ich das spiele, oder was ich so geil dran finde! Ich komm halt abends nach Hause! Und... Oder beziehungsweise ich bin halt irgendwie erst, keine Ahnung, um zwei Uhr nachts in der Lage mal irgendwie ein bisschen zu zocken, oder so! Was war denn das für ne Knarre? Das war glaub ich die OHM! Die OHM ist eine Waffe, wo man jetzt schon Zugang hat, wenn man den Season Pass besitzt! Aber den hab ich! Dann kannst du die OHM auch, äh... Ist das ne Shotgun, oder? Das ist eine Shotgun-LMG-Kombi! Ha! Die kannst du quasi im Game switchen! Echt? Du kennst auch noch die Ripper aus Ghosts! Ja! Eventuell! Die kannst du ja auch von, ähm... Von Rifle zu MP switchen! Und das gleiche kannst du mit der OHM von LMG zu Shotgun! Cool! Oh shit! Da muss ich gleich mal gucken, ob ich die hab! In Deckung! Da versteckt er sich hinter dem Schwefel! Voll! Nee, ich glaub's nicht! Oh! Ah, Alter! Aua! Das hat mich doch gar nicht! 12 zu 22! Ich muss was machen! Ich rede zu viel! Ja! Du redest zu viel! Ja! Ich guck, jetzt hat sich noch eine Frage rein! Aber jetzt hast du glaub ich immer noch nicht erklärt, oder? Wie du's geschafft hast! Ach, wie du's geschafft hast! Ach, wie du's geschafft hast! Nee! Du meinst jetzt den Job! Ja! Ähm, nee! Also es war ja eben halt auch wie bei dir! Es ist eher Zufall! Oder eine Reihe von Zufällen! Und, ähm... Ich bin halt von... Nach meiner Ausbildung nach Hamburg gezogen! Hab hier studiert! Fand Grafikdesign dann doch nicht so geil! Und wollte aber auch nicht in meinen Ausbildungsberuf zurück! Wo ich den auch nicht mehr geil fand! Und... Ähm... Bin dann halt irgendwann in die Gaming-Branche gerückt! Hab bei Bigpoint angefangen! Ähm... War dann nochmal ein Jahr in Belgien! Hab Projektmanagement für Konami gemacht! Ey, ich bin so schlecht! Und, äh... Dann hab ich den Job bei Activision gesehen! Hab mich darauf beworben! Und auch... Auch der Prozess war richtig langweilig! Also es war jetzt nichts irgendwie... Großes, spannendes! Wo ich eine coole Story draus packen könnte! Man war einfach... Es war ein normaler Bewerbungsprozess! Ich hab mich beworben! Wir haben gesprochen! Ich bin hingefahren! Man fand sich gegenseitig cool! Und dann hat man angefangen! Also... Super langweilig eigentlich! Ich wünschte, ich könnte eine richtig coole Story erzählen! Aber... So wie ich! Als ich dann im Werbungspräch war! So wie du mit Fang P angefangen hast! Das ist ne Story! Das ist ne Story! Ey, das war so surreal! Dieser Personalchef, der mich da in die Mangel genommen hat! Wie der mich runtergeputzt hat! Am allerfeinsten! Muss man als Praktikant bei den Beams 24-7 erreichbar sein? Äh... Nein! Es wär aber besser! Äh... Von Konami zu Activision bist du bekloppt! Ich hab bei Konami tatsächlich nur... Haha! Nein! Scheiße! ...Social Games betreut! Und das war auch nicht wirklich die Erfüllung! Ähm... Das heißt Browser Games mit einer schrecklichen Monetarisierung auf der Yu-Gi-Oh! Franchise! Ui! Obwohl die Monetarisierung ging eigentlich noch! Das war nicht so schlimm! Nein! Fuck! Ja, liebe Grüße auch noch an meinen ehemaligen Bandkollegen Dennis! Der auch gerade im Chat ist! Hi, hallo! Oh! Das ist so schlecht! Ey! Das ist auch echt zu hart! Du schießt auf einen und du wirst schon direkt von dem anderen irgendwie getroffen! Mieses Aiming! Mieses Aiming! Mieses Aiming! Mieses Aiming! Scheiße! Aber auf der Map würde ich die Ball empfehlen! Ey! 100%! Aber nicht mehr ganz so... Freunde! Ich glaube ich muss eine kurze Werbepause machen! Das muss man bei Puls wieder unerfahren! Das muss man bei Puls wieder unerfahren! Obwohl, guck mal, ich bin gar nicht so schlecht, was unser Team angeht! 18 zu 33! Eigentlich ist das ein privates Spiel! Oh man, oh man! Aber punktetechnisch, naja! Das blendet die Regie auch noch extra in Folge ein! 56 zu 20! 62 zu 27! Freunde, was macht ihr? Was macht ihr? Ja, zeigt das nicht! Oh, das ist Annabelle! Was? Ja, das ist Annabelle! Das könnt ihr euch zeigen! Nein! B! B! Alter, sind wir viel! General Zapfhahn! Ich würde dich gerne hören! Das tut mir leid, dass ich dich nicht hören kann! Warum ist das so? Ich kann alle hören! Ich kann dir was ausrichten! Ja, richte mal schöne Grüße von mir aus! Äh, ich soll schöne Grüße vom Schreck ausrichten! Ihr sollt alle ihren Spinat aufessen! Er kann euch leider nicht hören! Sein Headset geht grad irgendwie nicht! Aber ich höre die Musik! Also ich höre den Atmos-Sound! Hast du das vielleicht irgendwo in der Xbox? Ah, hier! Dingens! Drück-Tasten! Nee, aber auch da passiert nix! Weißt du, hier kann man doch den Ingame... Aber ich müsste ja dich dann hören! Und ich höre nur das Gedonner! Ich höre nur den Synthi-Sound! Wie sprichst du denn? Egal! Kann man... Was steht denn bei dir? Test, Test, Test! Bei mir kommt auch kein Dings-Signal an, ne? Nee! Ah! Sie hören dich mit über mein Mikrofon! Na geil! Jetzt ist mein Symbol weg! Tja! Jetzt ist wieder da! Okay, jetzt war ich wieder doof! Ja! 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 Alter! Ich pack das nicht! Na ja! Ich höre nicht mal mehr den Spiel-Sound! Regie! Wollen wir kurz in die Werbung gehen, damit wir das Problem hier fixen können? Ist das machbar? Naja, es ist schon fast 20 vor zwölf! Das ist noch lohnt! Naja, okay! Dann würde ich sagen, wir zocken noch ne Runde! Ne Runde! Okay, aber dann... Jetzt machen wir es richtig asozial! Machst du Chat? Achso, ja! Dann kann ich auch noch einmal eine Runde? Ja! Ja, klar! Natürlich! Ich mein, du kannst auch, wenn du spielen, dann kümmere ich mich um den Chat irgendwie, Wie du willst? Ich hab meine Niederlage eben passiert! Einmal? Einmal oder Best of 3? Best of 3! Ja? Okay, du hast gewonnen! War klar! Scheiße! Okay, hast schon gewonnen! Spiel du! Okay! Dann... Kriegt der Schröck! Schröck den Chat! Es gibt den Chat! Oder beziehungsweise nein! Ah ne, du spielst ja da! Genau! Du spielst ja da! Aber ich hab deinen Gedanken verstehen können! So! Gut! Zurück! Also Leute, den Chat haben wir im Blick! Stellt Fragen! Ähm... Also hier gibt's ne Frage... Ähm... Oh! Ist schon wieder zu weit! Markus, es gab ja viel Kritik, dass alle COD gleich sind. Jetzt wurden die Exoskelette eingeführt und haben das Gameplay verändert! Was bedeutet das für die Zukunft von COD? Ah... Schöck! Das war ein privates Spiel! Deine KD ist nicht versaut! Ich weiß! Okay! Welche Map nehmen wir denn jetzt? Mir ist die KD ja eigentlich immer egal! Ich mag Solar! Ich schaff eh nie ne positive KD zu kriegen! Also von daher... Okay! Ich würd sagen, wir starten! Ähm... Was bedeutet das für die Zukunft? Hast du Softcore oder Hardcore angestellt? Das weiß ich grad nicht! Softcore! Ich glaub ich hab's so gelassen! Das müsste Softcore sein! Dankeschön! Wieso? Magst du kein Softcore? Nein! Hardcore spiel ich nicht! So oft! Eigentlich gar nicht! Ich bin auch großer Softcore-Fan! Ich mag halt nicht so direkt oben fallen! Ich bin nicht mal... Es ist... Ich komm ja auch aus einer Zeit, wo man viel Counter-Strike gespielt hat! Ähm... So damit hab ich jetzt auch verraten, welche Shooter ich auch noch gut finde! Ich bin ja auch PC-Spieler! Und... Ja, auf PC kann ich mir aber auch vorstellen, dass da Softcore nochmal echt einen Tick anders ist als auf der Konsole! Ich kann's nicht beurteilen! Das ist jetzt einfach eine Aussage, die ich jetzt einfach mal so ins Blaue reinfeuere! Die ich so ein bisschen neben die Tüte spuckele halt! Ähm... Aber ich kann mir halt vorstellen, dass Softcore am PC echt noch ne Ecke anders ist als an der Konsole! Also generell ist das Spiel schon etwas auch schneller auf PC! Und du kannst halt... schneller reagieren! Also... Ich weiß nicht... Warst du jemals PC-Spieler? Ne! Nicht wirklich! Nicht wirklich? Okay! Okay, da hab ich's! Ähm... Entschuldigung! Ich find's... Bell mag kein Hardcore! Ich guck Pornos nur wegen der Story! Ach ja! Ah! Ich denk immer nicht dran! Ja! Dumm! Oh! Morat! Aber ich hab gar keinen Sound auf deinen... Ja! Das ist ein bisschen schade, ne? Auf deinen Gerippe! Ach, hast du jetzt auch keinen... Keinen Gaming Sound? Aber ich kann mal versuchen, dass ich... Genau dein Mikrofon! Einfach mein Headset... Rannehme! Ähm... Vielleicht klappt das ja! Yeah! Hast du jemanden gemessert? Nein! Werden... Werden zu eventuell künftig geplanten Road zur Gamescom auch mal Community-Seiten eingeladen oder nur YouTuber? Ich versuch die Community-Seiten eben halt auch da, wo es passt, mit einzubringen! Da konnten doch sogar Leute Tickets gewinnen, die mitgefahren sind! Ja, es gab Gewinner über... Genau, die Wildcards, ne? Wir hatten insgesamt... Boah! Waren schon acht Stück ungefähr? Würde ich jetzt sagen? Sechs, acht Stück? Oh Gott! Ja, ich mein... Ich bin ja dankbar dafür, dass Dings da war... Ähm... Wie hieß er? Felix? Äh... Unser... Unser... Buden... Schießbudenheld! Ahhhh! Er war aber auch einfach nur ein... Sweet! Nein! Er war wirklich so großartig! Ey, das ist... Ich... Wenn ich mir das heut angucke und wenn ich daneben... Wenn ich das... Wenn ich den Beitrag noch mit mir angucke und ich seh halt, wie Max und ich da abgickern wie die Hühne... Es ist so großartig! Und ich bin im Nachhinein traurig, dass ich nicht mit euch mitgekommen bin! Oh Gott! Mein Aiming ist ja noch schlechter als seins! Aber das meine ich eben halt finde! Ah! Hier hat einer gefragt, ob uns die ähm... Futuristischen oder die Weltkriegs-CODs besser gefallen! Ja! Also ich mag... Ich find ja nach wie vor... Also... Ah! Es ist so doof! Also... Ich find... Das erste Modern Warfare ist für mich immer noch eins der Meilensteine in dem Bereich! Ich find das... Ich fand das geil! Ich fand da genau die... Diese... Diese Mischung aus Realismus und Aktualität... Ähm... Die fand ich halt richtig cool! Fuck, 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 fuck! Ähm... Aber ich mag halt auch Black Ops 1! Fuck! Ich mag halt genau diese... Warum lebe ich so lang? Oh! Vietnam Episoden und so! Das fand ich halt richtig... Und ich fand auch die Waffen im Multiplayer ziemlich geil! Also ich mag diesen... Diesen Kalter Krieg und... Und... Beziehungsweise Vietnam bis Kalter Kriegs-Flair so! Das fand ich echt richtig, richtig cool! Schwer zu sagen, ey! Ähm... Ich mag das Spielgefühl nochmal... Es ist keine Revolution, aber es ist eine Evolution in der Franchise! Also ja! Evolution, ja! Bisschen größer ist das Wort eigentlich als es dann ist, aber... Auf jeden Fall ist es eine schöne Ergänzung zum Call of... Zum Beispiel, ähm... Hab ich mehr... Die... Ähm... Modern Warfare's gespielt! Multiplayer! Dafür fand ich die Black Ops-Teile, aber von der Story her richtig genial! Ja, obwohl... Ich muss sagen, beim zweiten... Ja! Aber der erste zumindest! Also ich fand den ersten grandios, Wunder! Ja! Vor allem, ich hab den Fehler gemacht, ich hab erst den... Zweiten gespielt und dann den ersten! Man hätt's eigentlich anders... Ich wusste nicht, dass die aufeinander aufbauen! Und... Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, als ich den zweiten... Bevor du trägst der Sternenkopf... Man! Oh, ich spiel so schlecht gerade! Ich spiel so schlecht gerade! Äh... Ja! Ich lass dich so! Komm, spiel! Wow! Voll aus dem Konzept gebracht! So schlecht! Ähm... Ja, aber ich... Es war halt das neuere! Und... Ja, geil! Neuer! Äh... Ich spiel zuerst! Ähm... Ja, ähm... Die Frage nach der Zukunft von Call of Duty... Hast du die beantwortet? Haben wir die beantwortet? Ne! Haben wir glaube ich nicht! Ähm... Das ist ne gute Frage! Und... Was heißt ne gute Frage? Das ist ne Frage, die ich auch jetzt gerade nicht beantworten kann! Wer weiß schon, wo es eben halt in welche Richtung es geht? Äh... Das entscheiden die Studios zusammen mit dem Publisher! Also die Studios haben immer sehr großen Einfluss eben halt auch darauf... Sie schlagen ja ihr... Ihr Konzept, ihr Produkt vor! Und... Das können sie... Äh... Und... Und... Und das entwickeln sie nachher! Ähm... Ist halt schwierig zu sagen, ob das nächste Studio hier sagt, okay, wir wollen zurück in die Vergangenheit, wir haben ein geiles Konzept! Und... Activision sagt, ja, okay, äh... Das finden wir auch gut! Wir glauben, dass es Erfolg haben kann! Wir glauben, dass es gut wird! Ähm... Das machen wir jetzt so! Ähm... Von daher... Ganz schwierig zu sagen! Auch wenn ich jetzt weiß, was als nächstes kommt! Wer weiß, was danach kommt! Ähm... Aber jetzt mal... Jetzt hab ich mal ne Frage, die mich persönlich so ein bisschen interessiert! Äh... Da gab's dieses eine Modern Warfare Spiel, das auch zum Großteil in Deutschland gespielt hat! Äh... Drei! Drei glaube ich, ja! Äh... Wo es dann auch noch in den Multiplayer-Maps diese geile... Oder... Ich glaub bei den Multiplayer-Maps... Dieses geile Bank-Level gab! Oder es war glaube ich ein Singleplayer! Mhm! Wo die richtig... Wo da so richtig viele Sprachfehler drin waren! Also beziehungsweise so richtig... Also wo einfach die deutschen Wörter falsch waren! Ja... Kommt in Amerika, oder wo auch immer das Spiel produziert wird, kommt da keiner mal auf die Idee, bei der deutschen Dependance von Activision anzurufen und zu fragen, ey Leute, ist das richtig geschrieben? Ich mein, wie schwer kann das sein? Wie lang kann dieser Anruf dauern? Äh... Ähm... Oder ich mein, wie ist das so? Wie steht denn ihr in Kontakt mit den Amerikanern? Seid ihr da regelmäßigen Austausch? Oder melden die sich jede Woche und sagen, ey Leute, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr die Zahlen, die wir brauchen? Oder sagen die eher so, ja komm, die Deutschen wissen schon was sie machen und äh... Da melden wir uns mal einmal im Monat und dann reicht das! Das sind ja nachher im Endeffekt sind das ja viele Organe, die ineinander greifen. Ich sag mal, ähm... Deutschland gehört jetzt zum Beispiel mit zum europäischen Organ, das da sehr viel Einfluss drauf hat. Ähm... Und das europäische Organ reportet nachher an das US-Organ. Also das ist ähm... Da ist sehr, sehr viel Politik mit drin. Ähm... Wo ich ehrlich gesagt auch nicht in jedem Detail mit drin stecke. Ich möchte es auch gar nicht. Ähm... Wo das sind nachher so Sachen, wo ich sagen, ey, das interessiert mich nicht. So, das hat auch wenig mit meinem Beruf zu tun. Ähm... Es ist natürlich wichtig eben halt gewisse Dinge zu verstehen. Aber eben halt nicht alles super im Detail. Also ähm... Ich bin halt immer noch nur Community-Manager und das ist halt das Wichtigste, dass ich weiß, wo meine Prozesse eben halt hinführen. Ähm... So, da bin ich dann eher weniger mit drin, sondern eher nachher im Feedback. Äh... Hier fragt auch jemand eine Frage, die finde ich auch interessant. Hehehe... Werdet ihr jemals mal eine kostenlose Call of Duty Map rausbringen? Ah... Bisher ist ja alles immer nur Season-Pack und DLC mit vier Maps drin und irgendwelchen Zusatzinhalten und keine Ahnung, aber... Auch das ist wieder eine schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann. Ja, okay. Ähm... Entscheide ja auch nicht. Ich... Ähm... Ja, klar. Wie sieht der Alltag eines Community-Managers aus zum zehnten Mal? Ey, das haben wir eigentlich schon am Anfang beantwortet. Das ist schwierig. Ich arbeite halt auch oft auf Events. Ähm... Ich bin... Ich nehm an sowas teil, was... Was sehr... Ähm... Was sehr spontan auch kam. Wohl da haben wir, glaub ich, letzte Woche... Letzte Woche, ne? Ja. Anfang letzter Woche haben wir darüber gesprochen. Und... Ähm... Und dann macht man das. Und dann sagt man... Ich frag immer nach, so... Kann ich rüber zu den Beans und darf ich ein bisschen mit denen spielen? Darf ich so den Bienen spielen, bitte? Und... Äh... Dann wird gesagt so, ja... Ähm... Fahr rüber. Oder es wird gesagt so, nee... Ähm... Du musst andere Sachen machen. Und in diesem Fall... Von daher ist es immer sehr flexibel. Ähm... Man arbeitet sehr viel auf Events. Ähm... Zum Beispiel auf der Gamescom, wo ich dann ja einfach mal zehn Tage am Stück... Ähm... Allein in der Exekutive nachher bin. Und zwei Monate oder anderthalb Monate absolutener Planung. Ähm... Ja... Man... Man spricht sehr viel mit den Leuten, die man mitnehmen möchte. Man muss auch sehr, sehr viel in Erfahrung bringen. Was wird überhaupt gemacht? Und was muss eben halt auch von... Von mir dazu getragen werden? Es ist schwierig, das alles zu erklären. Ja, ich weiß noch. Du hattest zwischenzeitlich mal auf der Gamescom auch so eine echt geilen Null-Bock-Fresse. Ja, weil wirklich, glaub ich, 10.000 Leute auf dich zugestürmt sind und irgendwas wollten, weil irgendwas nicht geklappt hat und so. Null-Bock gar nicht. Naja, Null-Bock, aber zumindest eine, sag ich mal, boah, lass mich mal kurz alle in Frieden. Ist das auch vollkommen okay. Also wirklich... Ne, also das erklär... Das kann ich erklären... Also es war einfach so... Man... man war schon... So, man war irgendwann so... Ey, was ist denn los? Warum stirbt der nicht? Ich bin grad echt kaputt. Man ist halt sehr, sehr lange auf, man hat insgesamt 20 Leute, die auf einen zukommen und irgendwann ist man so, ich muss mal durchatmen für 20 Stunden und es war alles gar nicht so schlimm, wie es vielleicht aussah, oder wie ich aussah, sah sehr, sehr müde aus, wahrscheinlich. Ja, aber wir waren auch lange wach, muss man dazu sagen. Ja, und es war auch aber eine super Zeit, ich würde nicht sagen, ich hätte auch ehrlich gesagt früher einfach ins Bett gehen können und mit dir kein Feierabendbier trinken, aber das war es mir einfach wert. Das war übrigens Apfelsaft. Äh, Apfelsaft, kein Bier, sorry. Ne, aber null Bock überhaupt nicht. Ich hatte durchgehend dort ziemlich Bock drauf, aber das war einfach ein bisschen, ja, anstrengend. Wie ist denn das so für dich, wenn du, wenn du, keine Ahnung, auch immer diesen ganzen, es gibt ja die vielen Vorbehalte gegenüber Call of Duty und was weiß ich, oder, ja, die typischen Argumente, ja, immer das gleiche oder, oh, Battlefield ist besser oder weiß ich nicht. Also, wie, wie gehst du persönlich irgendwie so mit, sag ich mal, Alter, was, mir geht's gut. 70 zu 30. Respekt. Nicht schlecht. Respekt. Nicht schlecht. Wie viele Killstreaks hast du gehabt? Annabelle, frag den mal. Wie hieß er? Äh, mir geht's gut. Mir geht's gut. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Ich war noch schlechter. Ich glaube, ich bin YouTube. Ah, okay. Er hat kein Headset. Er hat kein Headset. Okay, er hat kein Headset. Naja. Ne, aber wie reagierst du so auf Hate und auf, keine Ahnung, diese, diese, ja. Also, das Ding ist ja, ähm, diesen, diesen Hass oder diese Negativität, die, die, ähm, die besteht ja nicht nur in Call of Duty, die besteht auch bei einem Battlefield, die besteht bei FIFA, bei League of Legends, eigentlich bei jedem Titel, der wirklich groß ist. Weil du hast einfach eine sehr, sehr breite Masse und wann oder, oder wann meldest du dich denn meistens? Du meldest dich ja meistens eigentlich doch eher, wenn du ein Problem hast oder wenn du frustriert oder, oder unzufrieden bist. So, dann verspürt man ja eher den Drang, okay, ich möchte mich mitteilen. Oder ich möchte vielleicht andere warnen oder wie auch immer. Ähm, und dementsprechend macht es ja oft den Anschein auch so, ey, jeder ist dagegen, was ihr macht. Aber das stimmt nicht. Wenn man sich dann die Online-Zahlen auch von allen Call of Duties eben zusammen anguckt, so viele Leute spielen das auch und es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute, die auch immer Spaß dran haben, was aber dann wiederum nicht heißt, dass die Leute, die sich online melden, dass die absolut falsch liegen, so. Und das ist ja eben halt dieser schmale Grad, okay, wie viel kann ich davon mitnehmen? Ich muss das Spiel auch selber spielen, so. Okay, ich versuch das Szenario durchzuspielen, was er vielleicht gerade durchlebt, um dann sagen zu können, okay, ich verstehe dich, so. Und, ähm, aber es ist halt schwierig, so. Es ist mega, mega schwierig. Und den Hass, den darfst du niemals persönlich nehmen, so. Das ist ein Produkt und Leute, Leute sind halt sehr, sehr emotional und das bedeutet ja im Endeffekt, es besteht irgendwo eine Bindung auch zu diesem Produkt. Das heißt, sie spielen es schon zehn Jahre und das ist jetzt gerade genau ein Punkt, wo sie sagen, so, das gefällt mir vielleicht nicht. Mhm. Und das muss man verstehen. Also, ich nehm's nicht persönlich, aber, ähm, ich nehm mir diese Leute trotzdem ernst. Ja, gut, ich mein, sollte man... Auf einer anderen Ebene. Sollte man auch machen, aber ich fand ja, damals gab's ja diese eine Diskussion, oder da gab's ja diesen einen Vorfall, wo irgendwelche Waffen gepatcht worden sind in einem Call of Duty, Let's Call of Duty Teile und da gab's ja richtig Morddrohungen für die Jungs, die das halt gemacht haben. Das geht dann zu weit natürlich. Also, ich hab auch schon mit Morddrohungen eben halt, äh, äh, wurde ich schon konfrontiert. Echt? Wollte jemand ans Leder, ja? Mir wollte jemand ans Leder. Allerdings nicht bei Activision, ähm, was mich eigentlich eher verwundert. Ich dachte, bei nur einer großen Community... Eine Yu-Gi-Oh!-Karte mit einem falschen Wert wahrscheinlich bedruckt, oder so, ne? Es war auch nicht bei Yu-Gi-Oh! Und, ähm... So, Entschuldigung, erzähl weiter? Nee, und das ist, das ist, grade wenn das das erste Mal passiert, ist das eine sehr, sehr beklemmende Situation. Und... Es ist schwierig, so, wie soll man da mit ihm halt umgehen? Und, ähm, das Einzige, was du machen kannst, ist ihm halt zur Polizei zu gehen und sagen, ich möchte Anzeige erstatten, aber... Hast du das? Ja, ich hab das damals tatsächlich gemacht. Und ich hatte damals so viel Einsicht in seinen Account, dass ich sogar wusste, wer wohnt. Und die Anzeige hab ich nur erstattet, weil ich gesehen hab, dass er in Hamburg wohnt. Und da ich zu der Zeit in Hamburg gewohnt hab, dachte ich, boah ey, das ist jetzt... Das find ich nicht cool. Ähm... Ansonsten nehm ich das, ähm... Ansonsten nehm ich das nicht mit Humor, aber ich ignorier's dann halt. Vielleicht der beste Weg. Äh, wie spät ist es? Haben wir noch Zeit? Fünf Minuten. Fünf Minuten. Ja, vier Minuten, hätte ich gesagt. Oh, sorry. Okay. Wollen wir jetzt noch ein bisschen zocken, oder? Ich glaub, das bringt dich ja viel, ne? Ja, das bringt dich ja. Ja, dann stell dir noch ein paar Fragen. Hey, ich hab hier zwischendurch, die eine Sache möchte ich noch mal kurz loswerden. Zwischendurch kommt immer mal wieder Resonanz zu unserer heutigen Kino Plus Folge. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit Steven und es freut mich sehr, dass ihr das so angenommen habt und dass ihr auch sehr viel Spaß mit der Sendung hattet. Also nur mal dazu, weil es jetzt immer wieder im Chat auch noch aufgetaucht ist. Dankeschön, dafür machen wir das. Genau dafür hab ich diese Sendung mal irgendwann auf die Idee gebracht. Aber jetzt zurück. Gibt's noch Fragen, Markus, die an dich gestellt werden oder an uns gestellt werden? Zum Beispiel, die war eine Frage noch, hab ich gesehen, welches dein allerliebster Call-of-Duty-Teil ist? Mein allerliebster Call-of-Duty-Teil? Ich glaube, und ich, also, ich bin mit Call-of-Duty-Ghosts eingestiegen. Ich würd jetzt einfach sagen Ghosts. Ui. Uuuu. Der von den Verkaufszahlen, glaub ich, schlechteste, ne? Ob es der schlechteste der Serie ist? Nur von den Umsätzen her, sag ich jetzt mal. Gehen wir jetzt zurück zu Call-of-Duty 1? Ja, okay. Wie weit gehen wir zurück? Wie weit gehen wir zurück? Ich sag mal, es hat sich weniger verkauft als der Vorgänger. Es hat sich trotzdem noch sehr gut verkauft. Ich fand den Titel super. Ich hab sehr, sehr viel Spaß dran gehabt. Ähm, und ich mochte das Movement sehr. Was mich jetzt zum Beispiel auf Konsole, auf PC nicht, aber was mich auf Konsole doch stark überfordert, mit den Controllern, ist immer das sehr schnelle Movement hier. Ähm, weil da komm ich dann halt nicht mehr gegen die 18-Jährigen an. Da bin ich zu alt dafür. Ja gut, den Satz bringe ich auch öfter, ja. Belle, wie ist es bei dir? Was war dein? Das hast du, glaub ich, eben schon mal gesagt, dein allerliebstes Call-of-Duty. Äh, ich würd fast sagen Modern Warfare 2, wobei ich Modern Warfare 3 mehr gespielt hab. Und jetzt so vom Gesamtpaket her gesehen oder jetzt von einer bestimmten, vom Singleplayer oder von Multiplayer her? Pff, eigentlich Singleplayer. Ja, also ich muss sagen, ich hab am Anfang immer fast nur Singleplayer durchgespielt und Multiplayer dann nur so ein bisschen. Erst mit Modern Warfare 3 hab ich richtig Spaß am Multiplayer gehabt. Vielleicht könntest du noch mal ganz kurz sagen, wann du das Gewinnspiel auflöst, weil da haben noch einige Leute im Chat gefragt, wann das passiert. Ja, äh, ich hab hier leider keinen Einblick in meine E-Mails, beziehungsweise in die Gewinnspiel-E-Mail. Das muss ich alles im Laufe des morgigen Tages wohl dann regeln. Nein, wann wir die Gewinner benachrichtigen, wann sie irgendwas gewonnen haben. Vielleicht spielen wir ja nächste Woche oder so noch mal. Wir spielen nächste Woche noch mal, denk ich mal, ja. Und dann wird da spätestens, da werden wir eine kleine Zusammenstellung machen von denen, die wir am besten fanden, aber wir werden vorher schon, denk ich mal, eine Auslosung machen und werden die Leute dann auch informieren. Ich denk mal so Anfang der Woche werden die Gewinner quasi dann informiert, dass sie gewonnen haben und ja, dann werden wir beim nächsten, bei der nächsten Zock-Session werden wir auch noch ein paar der Gedichte dann vorlesen. Wunderbar. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Oder müssen wir auch welche schicken. Ja mal. Die will ich lesen. Vielleicht können wir ja, vielleicht können wir ja in unserem Blog so eine kleine irgendwie Zusammenstellung irgendwie veröffentlichen noch. Das wäre ja auch noch eine Idee. Ja. Gibt's noch eine Frage, eine interessante? Und auf jeden Fall, wenn wir es nochmal spielen, spielt mit. Wir sehen ja, das klappt super, richtig viele Leute. Ja, es tut mir leid, wir haben ein bisschen viel geredet, ja. Also heute, aber das liegt halt auch daran, dass wir einen netten Gast zu Gast haben, der halt auch wirklich ein paar schöne Sachen dabei hatte und der auch mir, mir altem Suchti mal so ein paar Sachen noch erzählen konnte. Sieht man hier mein Loch in der Hose? Nein. Hoffentlich nicht. So. Ja, ich habe leider die falsche Hose heute angezogen. Ich habe zu tief in den Schrank gegriffen. An alle unsere Mitstreiter. Es tut mir leid, dass wir jetzt hier irgendwie so nur zwei, drei Runden spielen konnten und uns ein bisschen verlabert und verzockt haben. MC Giga, vielen Dank für deinen erneuten Einsatz. General Zapfhahn, ja, supergeil, super Spiel. Charlie ist auch wieder am Start, ja. Mir geht's gut, auch gut gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden das beim nächsten Mal wieder so machen, dass wir ein bisschen mehr zocken, ja. Es ist jetzt wirklich, weil wir hier mit Markus einen Gast da haben, den wir ja auch nicht wirklich allzu oft sehen. Wo sitzt ihr? München. München, ja. Und die Strecke ist weit. Markus hat den weiten Weg auf sich genommen. Und das soll ja auch nicht umsonst gewesen sein, ne? Also... Aber vielleicht ladet ihr mich ja irgendwann nochmal ein. Bestimmt. Also von meiner Seite aus bist du jederzeit gerne eingeladen. Erst recht, wenn du hier so schöne Geschenke mitbringst. Nein, das war ein Scherz. Also wie gesagt, von meiner Seite bist du jederzeit herzlich willkommen. Vor allem, wenn wir dann nochmal so ein Zombie-Erlebnis irgendwie angehen. Weil echt, ich hab wirklich... Wir müssten das auch fix am Schluss machen. Okay. Ja. Ich hätte nämlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Zombie, ich meine mit dem nächsten DLC, neuer Zombie-Modus. Vielleicht darf ich dann wieder vorbeikommen. Alles klar. Deal. Deal. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zu später Stunde hier noch irgendwie begleitet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank, Annabelle. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank an euch. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Vielleicht... Ne, wir sehen uns heute Nacht bestimmt nochmal irgendwo. Denk ich schon. Wir lesen.